Hallo und Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Koschik ganz nah dran. Heute bei und nun viel Spaß. Kommen wir zum zweiten Gang. Fisch, anspruchsvoll, Zander. Wir werden jetzt einen Zander zubereiten mit einer Kartoffelkruste. Dazu gibt es Champagnerkraut und eine leichte Specksauce. Und wie gehen wir da vor? Also prinzipiell fangen wir mit der Kumpfobereitung an. Fisch zurechtschneiden, entgräten, dann Kraut aufsetzen, beziehungsweise das eigentlich schon vorher, weil es am längsten dauert. Dann den Fisch machen, danach halten wir die Krusten zusammen und dann setzen wir alles an. Die Säußen haben wir schon weit zu weit vorbereitet. Das ist der Bechermehl, Speck ausgelassen, eingerührt. So, dann fangen wir an. Setzen das Kraut auf, würzen es ab. Salz, Pfeffer, Majoran, bisschen Apfelsaft, bis das Süße noch mit reinkommt, bisschen Zucker und die Säure von dem Kraut zu nehmen. Dann zum Schluss, bevor wir es dann anrichten, setzen wir dann den Champagner mit dazu. Dann nimmt das am meisten Geschmack mit auf. Also der Champagner kommt am Schluss rein? Ja, der kommt dann am Schluss rein. Jawohl. Und der Zander, der vorbereitete Zander wird dann angebraten? Vorbereitete Zander, genau. Das ist dann eine Portion. Ja. Und wenn man bei dem Fisch gegen den Strich fährt, merkt man die Kräte. Nehmen wir einfach meine Zange und dann fühlt die Kräte und ziehen sie dann einfach raus, wenn sie den will. Und dann versuchen, so wenig wie möglich, das Fleisch zu beschädigen. Sonst hat der Gast am Ende nichts von dem Fisch. Kruste für den Zander. Ja, genau. Nehmen wir uns eine scharfe Kartoffeln. Eine reine Suppe. Dann haben wir schön eine Raste. Wichtig finde ich dabei, die Kartoffeln danach auszudrücken, weil die besser. Das Wasser wollen wir ja nicht haben, also drücken wir das Wasser dann einfach raus. Nehmen wir eine trockene Masse. Nehmen wir uns ein Ei. Dann kann man ruhig ein Vollei nehmen. Also Eiweiß und Eigelb. Eigelb, genau. Richtig. Komm mal rein. Und etwas mehr dazu für die Bindung. Dann Salzen hier. Und etwas Besonderes machen. Da greifen wir noch Muskatten hinzu. Jetzt kommt die ganz wichtigste Mitköchin, nämlich die Lotta Jung. Lotta, hilfst du mir? Ja. Dann komm mal her. Schau mal her. Der Daniel kocht nämlich ganz toll. Der Daniel hat jetzt Kartoffeln gerieben. In die Kartoffeln ein ganzes Ei, Mehl und Muskat. Und das ist jetzt etwas ganz Leckeres. Das schmeckt uns beiden ganz gut. Und das ist eine Nudel. Wenn du das von Daniel isst, dann magst du gar keine Nudeln mehr. Doch. Gut. Wenn du vermengen und das Ganze jetzt noch, das ist die Vorbereitung für die Brust wird eigentlich schon in dem Sinne abgeschlossen. Wer mag das hier? Das wird ganz lecker. Die Käse machen. Das ist gute Kartoffeln. Isst du Kartoffeln auch gern? Ja. Mh, das schmeckt uns gut. Das sind Eier. Das sind Eier, genau. Keine Wache. Ja. So, jetzt haben wir es rein auf. Also vorbereitet haben wir jetzt alles. Jetzt stellen wir das Kraut schon mal drauf. Oder das Warm wird. Das Floss auf, damit es warm wird. Die Pfanne ist schon warm. Jetzt halten wir noch ein bisschen mehr auf. Jetzt legen wir uns mal kurz den Fischloch hinzu. Wie gesagt, farinieren, grillieren. Geben schon noch ein Kruste. Kurz Wein legen. Ablaufen, wenn es nicht zu viel Mehl ist. Dann legen wir den Fisch einfach in die Pfanne. Und der wird dann erst gewürzt, wenn er in der Pfanne ist. Richtig. Legen wir es rein. War noch ein bisschen kühl. Hätte noch ein bisschen wärmer sein können. Aber... Der Fisch zieht sich leicht zusammen. Ja. Jetzt kommen wir ihn würzen. Ja. Und der wird nur von einer Seite meliert. Richtig. Der wird hauptsächlich nur auf der Hautseite meliert. Jawoll. Jetzt habe ich auf der Fleischseite das ich eigentlich ja esse. Zu viel. Äh. Das schmeckt man raus. Würzen tut man halt eben auch auf der Fleischseite. Weil dann können wir Gewürze in das gleich einziehen. Und das schmeckt man dann immer noch kurz an. Wir haben ja gesagt, das ist eine Specksoße. Schon mal Speck ausgelassen. Wenn man da groß ist und das ganze Fett abgelassen ist, würde die Soße ja fettig werden. Und die Soße ist eine... Eine Bechamelsoße. Eine Bechamelsoße. Und die Soße ist eine Bechamelsoße. Rausverfahren. Wenn man, ist warm. Dann kann man den Bechamel schon mal hier zugeben. Einen guten Schluck. Man möchte auch was rausschmecken. Und dann nehmen wir eine Palette. Und wenn man das frisst. Damit man auf der Fleischseite ebenfalls am Anfaschen hat. Denken wir nur ganz kurz an. Hängen wir uns der Fruste. Hängen wir noch mal freundlich durch. Ist da jetzt noch ein bisschen Parmesan reingekommen? Da ist jetzt noch ein klein wenig Parmesan mit dazu gekommen. Gibt am Ende noch mal zusätzliche Bindung und Geschmack. So. Dann stellen wir es immer daneben. Hatte ich ja gesagt. Zwischen Kräutern wieder. Wieder Thymian? Thymian und Teilen in die Rosnerin. Kommt mit in die Panne. Richtig. Zitrone spritzen wir unter das Fleisch. Leben die Zitrone einfach mit dazu. Gibt den ganzen Herdgesack ab. So. Es reicht eigentlich die Vorbereitung aus. Jetzt kommt am Ende noch die Frust drauf. Dann kommt das Ganze vorne unter dem Salamander. Jetzt wird noch so circa 2-3 Minuten. Aber es sieht doch schon mal auch toll in der Panne aus. Wunderschön. Wir lassen unser Sauerkraut. Unser Champagnekraut. Wir setzen uns in die Mitte. Richtig, dass der Teller vorgewärmt ist. Und es gibt. Wir lassen sich wiederum ein kaltes Essen. Wir machen Sander und fertig getragen. Sander. Ah. Vor allem die Kräuter duften toll. Wir setzen den oben fein so richtig drauf. Dann haben wir frische Kräuter an. Die haben wir zum Schluss kurz mit reingeschließen. Die können wir ebenfalls oben draufsetzen. Es gibt den ganzen noch eine Art Düssel. Toll. Wir nehmen dann die Rostose. Wir nehmen dann die Rostose. Wir setzen die einfach bloß so leicht rein. Wunderbar. Zander mit Kartoffelkruste auf Champagner, Kraut und einer leichten Specksauce. So, bitteschön. Zander mit Kartoffelkruste auf Champagnerkraut und leichter Specksauce. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Sch tenemos los. Puh. T es p Bush, P McKenna.